Okay, 504, die war offen, die allen anderen, die sind jetzt auch versperrt, ne? Okay, das war jetzt nicht sehr erfolgreich, wir gehen mal in die Etage Nummer 3. Komm schon, wet floor. Da geht's nicht lang. Hier ist die 502, aha, eine Putzdame. Hey! Meine Güte, hast du mich aber erschreckt, du bist einer von den Neuen aus 402, oder? Mit dieser ganzen Aufregung habe ich ganz vergessen, vorbeizuschauen und Hi zu sagen. Ja, sind nur ich und mein Vater, mein Name ist Cell. Schön, dich kennenzulernen, Cell, ich bin Lisa. Ich kümmere mich hier um alles, schaue, dass alles läuft, wie es soll. Also, wenn du irgendwann irgendwas brauchst, frag einfach, okay? Sicher, danke. Gern geschehen. Okay, wir gehen einfach mal hier hin. Niemand zu Hause. Hier ist nirgendwo jemand. Da geht's auch nicht lang, aber da steht doch jemand. Ich sehe das doch. Und ich höre auch irgendwas, aber... Hm, seltsam. Okay, dann gehen wir mal in die Nummer 2. Das klappt ja super mit den neuen Nachbarn kennenlernen, wa? 302, äh 201. Gehen wir erstmal ein bisschen rum hier. 203, 204, okay. Ich glaube, es sind immer vier Zimmer pro, äh, pro Etage. 201. Hm. Hm, sieht aus, als ob niemand zu Hause wäre. Ich bin mal stur. Bringt aber nichts. 202. Niemand zu Hause. 202. 202. Niemand zu Hause. Ja? Wer ist da? Hallo, ich bin neu hier. Ich wollte mich mal bei den Nachbarn vorstellen. Ja, okay. Komm rein. Okay. Ich glaube, ich wechsle die Stimme doch. Hi, mein Name ist Cell. Ich bin heute mit meinem Vater eingezogen. Was denn? Es ist hier mit deinem Gesicht los, Kind. Oh, ich weiß. Junge Teenager. Die neue Generation der Selbstdarstellung. Ja, ich war auch mal jung. Ich verstehe das schon. Was hat denn der alles da für ein Plunder stehen? Solange du nicht in einer Gang bist. Du bist nicht in einer Gang, oder? Nein, nein. Nichts dergleichen. Ja, wunderbar. Also, ich bin der Charlie. Wenn du meine Sachen anrührst, werden wir... Äh, wenn du nicht meine Sachen anrührst, werden wir uns blenden, verstehen. Ich sammle viele Dinge. Diese Dinge sind so etwas wie meine Familie. Also, was du meiner Kollektion antust, das tust du meiner Familie an. Verstanden? Ja, Sir. Kein Problem. Ich werde ihnen keine Schwierigkeiten bereiten. Ja, gut zu wissen. Okay, ähm... Wir haben hier verschiedene... Naja, sowas wie My Little Ponies. Ganz, ganz viele. Da oben sind so ein bisschen... Das sieht so ein bisschen aus wie solche Funko-Pops. Der Kübiskopf sieht ein bisschen aus wie hier Jack Skellington. Und hier, naja, so Star Wars oder sowas. Und das sieht aus wie... Keine Ahnung. Bisschen wie Mario Brothers, ne? Weide dich im Ruhm einer kompletten Sammlung von Glitter-Ponies. Es ist eine große Errungenschaft, sie alle zu besitzen. Zieh sie dir ruhig an, aber denk nicht einmal dem Traum daran, sie anzufassen. Was ist ein Glitter-Pony? Äh, äh... 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 Was war das denn? Meine Güte... Mein Güte steht da. Haha. Meine Güte, Kind. Hast du niemals My Glitter-Pony's Rainbow Spectacular gesehen? Das ist die beste Serie, die jemals produziert wurde. Sie hat Drama, Action, Romantik, Comedy. Alles, was du dir nur wünschen kannst. Und die Ponies... Oh, die Ponies! Erinner mich bloß nicht daran. Ja! Ich glaube, ich kenne die Serie nicht. Ich muss mal schauen, wo ich sie sehen kann. Ja, aber das musst du. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Die DVDs wird uns bestimmt nicht ausleihen, weil wir uns bestimmt nur Batzer da drauf machen. Können wir reden nochmal mit ihm? Also... Ich verstehe schon. Ihr verschlägt es die Sprache beim Anblick dieser großartigen Sammlung. Ja, ja, ja. Ja, keine Sorge. Wenn... Immer, wenn ich zu Hause bin, kannst du vorbeischauen und sie dir wieder ansehen. Sieht nett aus. Mein kleines Stückchen Himmel. Nur ich und meine Sachen. Ähm, lebst du hier alleine? Alleine? Schau dich doch nur um. Ich bin in bester Gesellschaft. Ja, es ist nett, zur Abwechslung mal Besuch zu haben, denke ich. Bin gleich zurück. Eigentlich eher nicht. Okay, tschüss, sag ich mal. Äh, naja, wenigstens haben wir mal einen angetroffen. Wobei... Das vielleicht besser wäre, wenn das dem nicht so gewesen wäre. Okay. Dann gehen wir mal... Wir waren gerade in zwei, ne? Gehen wir mal in die eins. Edison. Ah, okay, sind das die Vermieter, weil das die Edison Apartments hier sind? Huch, guten Tag. Was ist hier los? Hallo, junger Mann. Du bist erst heute hier eingezogen, nicht wahr? Ja, Sir. Ich denke schon, ich habe schon mit deinem Vater gesprochen. Sieht so aus, als wäre dir gestern Nacht noch in einem anderen Stadt gewesen. Scheint zu stimmen, das ist gut. Versuch uns nicht im Weg herumzustehen, okay? Wir müssen ein Verbrechen aufklären. Was, Mord? Darüber kann ich nicht sprechen. Wiedersehen. Ihr bis dann. Okay, 104, 103. Wir fangen mal wieder vorn an. Upsa. Hä? Ja? Was willst du? Ist es hier ein bisschen früh für Halloween? Äh. Äh. Blöde, nicht nutzige Kinder. Niemand zu Hause. Wir gehen mal zu 04. Niemand zu Hause und jetzt gehen wir mal hier bei Edison vorbei. Großer Gott, was für fürchterliches. Äh, verzeihen Sie nochmal von vorne, bitte. Guten Tag, junger Mann. Neuer Bewohner des Edison Apartments Nummer... Nummer 402. Will gar nicht Ihnen helfen. Woher weißt du, wer ich bin? Mein Herr, ich weiß über alles Bescheid, das sich zwischen diesen Wänden abspielt. Behalten Sie das im Hinterkopf. Darf ich reinkommen? Um Gottes Willen, nein. Ich bin sehr heikel, was meine Privatsphäre betrifft. Sie verstehen, das bestimmt. Ja, ja, klar, natürlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Niemand zu Hause. Können wir die Alte nerven vielleicht? Du schon wieder? Wieso wollen die Kinder mir das Leben zu holle machen? Lass mich nur einfach in Ruhe. Mann, hör diese Qual endlich auf. Okay. Ich hab so die Ahnung, dass wir in das B nicht hinkommen, was auch immer das ist. Okay, da brauchen wir eine Keycard. Gut, ja, ähm... Hm. So viel haben wir jetzt auch nicht kennengelernt. Niemand zu Hause. Ach so, da ist er. Hm. Hoffentlich gibt's bei uns jetzt nicht irgendwelche, äh, Einflüsse dieses Mordes angeblich, der da passiert ist. Ist das jemand im Badezimmer? Ist der Vater im Badezimmer? Ne, sah jetzt nur so aus. Ja, wir haben uns umgeguckt. War keiner da? Hey, Kleiner. Okay, man sieht sich. Okay, das... Der sagt uns nix. Seltsam. Hm. Ach, ich will nicht immer nicht zu dem. Okay. Ich glaube, ich, äh, mache, äh, hier kurz nochmal eine Aufnahmepause. Am Anfang von so einem neuen Let's Play bin ich immer ein bisschen misstrauisch, was Technik so und so angeht. Ähm, von daher, ähm, geht's dann gleich weiter. Und ich guck nur kurz mal, äh, wie's mit der Technik aussieht. Bin gleich wieder da. Bis gleich. So, und da sind wir schon wieder zurück bei Steadyface. Und, äh, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was wir tun sollen. Außer, dass ich mich gerade nochmal, ich hab mir die, äh, Aufnahme nochmal angeguckt, ob alles klappt, nochmal entschuldigen muss für diese gravierenden Fehler, die mir entgangen sind. Erst einmal, als wir vorhin bei dieser Hund, bei diesen Hundetüren waren, hab ich gesagt, die Hu-Tür fehlt, obwohl wir da durchgegangen sind. Natürlich meinte ich, dass die He-Tür fehlt. Also, falls ihr davon irritiert geworden seid, dann entschuldige ich mich dafür. Genauso, wo ich gesagt hab, äh, hier geht's in die Schokoladenfabrik durch die Hu-Tür. Und dabei einfach, ähm, äh, ja, das, äh, ja. Und da habt ihr euch wahrscheinlich auch gedacht, hh, Weth, äh, aber ich hab einfach dies, äh, den Weihnachtstil verwechselt. Es, Hu ist nämlich, äh, kommt ja nämlich in der Grinch vor und nicht Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich bin einfach schon zu lange aus dem Let's-Play-Game raus. Also, ja, das tut mir sehr, sehr leid für diese gravierenden Mängel. Ähm, aber jetzt geht's weiter. Ich weiß nur nicht, wo. Ich hab irgendwie Lust, nochmal alles abzugehen. Hm. Warum hat der denn ein Schild? Niemand zu Hause. Guten Tag, junger Mann. Naja, Bewohner, äh, okay. Auf Wiedersehen. Okay. Es wird halt sehr explizit dargestellt, dass wir halt ein Junge sind, ne? Hier wohnt die Alte, ne? Hm. Okay. Keiner da. Ähm. Ja. Gehen wir doch dann mal nochmal hier hin. Weil hier ging gar nichts, ne? Niemand zu Hause. Ja, 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 Sally. Ja, Sally, ich weiß das. Hier wohnt nur der Charlie. Schön, dass auch, äh, von Zimmer immer die Rede ist und nicht von Wohnung. Das muss wirklich sehr angenehmes Wohnen hier sein. Hm. Sieht aus, als ob niemand zu Hause wäre. Aber, hm. Hier sagt sie jetzt nicht, niemand zu Hause. Weil hier sieht's nur so aus, als wäre keiner zu Hause. Haben wir nicht was im... Hier, Boy. Allerdings braucht ihr neue Batterien. Okay. Äh, ich dachte schon, dass wir da vielleicht irgendwie weiterkommen. Aber vielleicht finden wir ja oben irgendwie Batterien. Batterien. Hm. Also in unserer Wohnung. Wir gehen im dritten Stock nochmal gucken. Hier war die Putzfrau, ne? Aber hier ist auch jemand. Da steht doch jemand. Niemand zu Hause und hier ist nur sie, ne? Hey, Lisa. Hey, Sel. Ich meine, hey, Sel. Wie läuft's bei dir? Ah, okay. Die haben wir noch gar nicht befragt. Wie lange arbeitest du schon hier? Ja, eigentlich arbeite ich nicht nur hier, sondern wohne auch in dem Haus. Ich bin rund um die Uhr auf Abruf bereit. Für den Fall, dass eine dringende Reparatur vonnöten ist. Egal, was die anderen sagen. Es ist schön, hier zu Hause zu sein. Ich bin richtig stolz darauf, hier schon seit zehn Jahren zu wohnen. Ja, es sieht ganz nett hier aus. Ja, da kannst du drauf wetten. Was sagen die anderen über das Gebäude? Ja, über verschiedenste Dinge. Dieses Gebäude ist schon über 100 Jahre alt, weißt du? Die Leute beschweren sich immer über das eine oder andere. Aber du wirst hier keine Beschwerde von mir hören. Ich bin eine Frau der Tat. Wenn ich ein Problem sehe, kümmere ich mich darum. Super, super Frau. Ja, die meisten Leute regen sich über Kleinigkeiten auf. Du kannst dir nicht immer über Kleinigkeiten den Kopf zerbrechen, Sal. Das bringt doch nichts, verstehst du? Ja, da hast du recht. Glaub mir, es ist besser, wenn man nur an die schönen Dinge des Lebens denkt. Konzentrier dich darauf, was dich glücklich macht. Deine Energie ist zu kostbar, um sie für anderes zu verschwenden. Die mag ich. Aber das würde mich jetzt wirklich hier interessieren. Weißt du irgendwas darüber, was in 403 passiert ist? Der erste Eindruck war sicher nicht gerade positiv für dich und deinen Vater. Wirklich eine Schande. Ich schwöre dir, solche Grausamkeiten stehen ansonsten nicht an der Tagesordnung. Ach, arme Mrs. Sanderson. Wer ist Mrs. Sanderson? Äh, egal. Es ist besser, nicht an so fürchterliche Sachen zu denken. Wie kann man denn hier Spaß haben? Weißt du was? Ich habe einen Sohn in deinem Alter. Ich glaube, ihr werdet euch super verstehen. Er ist unten in unserem Apartment. Du solltest dich ihm vorstellen. Ja, okay, dann gehe ich Hallo sagen. Super. Sein Name ist Larry. Er ist sicher im Keller. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Allerdings wirst du eine Keycard benötigen, um mit dem Aufzug dorthin zu gelangen. Hier, nimm die. Ich habe ein paar zusätzliche. Woher auch immer. Ja, cool. Danke. Spukt es hier? Ach, Sal, Süßer. Ich kümmere mich schon lange um die Edison Apartments und habe noch nie einen Goblin oder Geist gesehen. Die Leute haben zu viel Fantasie. Zu viele Süßigkeiten und Gruselfilme, meiner Meinung nach. Okay, dann bis dann. Okay, bis später. Dann kommen wir hier wohl weiter. Und würde sagen... Oh, ich habe gerade überlegt, ob wir noch nach Batterien gucken sollen. Aber ich glaube nicht. Wir haben uns ja auch alles angeguckt. Von daher gehen wir jetzt mal in den Keller. Ins Basement wahrscheinlich. Oh, Waschmaschinen. Waschküche. Mann, ich freue mich schon richtig, das zu verwenden. Wenn die Hölle zufriert. Waschen ist doch gar nicht so schlecht. Was steht denn hier? Bidazaro. Also irgendein komisches Zeichen. Hier sind Fundsachen. Ein Kreuz-Dings ist da drin. Tools. Ich lehne mich ja gerade mal ein bisschen beiseite. Bright Lights. Also hier Lampen. Was ist das? S. Okay, vielleicht ist das irgendwie... Irgendwelches Gift oder sowas. Mit dem Smiley da drauf. Oh, ein Automat. Ein Snack-Automat. Viel köstliches Junk-Food. Ich habe aber keinen Hunger. Mh, Brezeln. Und hier ist nur ein... Äh, ein Apartment. Ganz schick. Ach, guck mal. Da ist die Lisa mit dem Larry. Und das sind bestimmt die Eltern von der Lisa. Ein Bücherregal. Boah, Pizza. Boah, hätte ich jetzt gern. Ein Ba... Das Badezimmer. Äh, was? Was geht denn hier? Höh, hallo. Was zum Teufel war das? Ich muss sagen, ich mag Iren. Ich sage jetzt einfach immer mal weiter Iren. Obwohl, wie er uns immer gesagt wird, dass es halt ein Typ ist. Äh, also von Sally. Also uns wird ja immer Sally gesagt. Von Sally mag ich den Gang voll so schlurfig. Finde ich irgendwie voll gut. Badezimmer. Das sieht genauso aus wie bei uns. Nur mit, äh, nur mit, ohne Schlafmittel. Eine Truhe. Larrys Raum. Lisas Raum. Versperrt. Okay, hier sollen wir draus bleiben. Ich halte mich mal nicht dran. Ja? Hey, ähm, Larry? Deine Mutter meinte, ich sollte kommen und Hallo sagen. Ich bin gerade in 402 eingezogen. Oh, hey, komm rein. Die Tür ist offen. Was? Wow, geile Maske. Ist eine Prothese. Oh, verdammt. Entschuldige, Mom. Kein Ding. Ich bin Schlimmeres gewohnt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Also, hast du sowas wie kein Gesicht drunter? Was ist passiert? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Okay. Ein Themenwechsel. Ich bin Larry. Larry Leffer. Falsches Spiel, Flo. Ich lebe hier unten mit meiner Mutter. Ich bin Sal. Meine Freunde nennen mich Sally Face. Ich bin gerade von New Jersey mit meinem Vater hierher gezogen. Sally Face? Um ehrlich zu sein, hege ich Zweifel daran, dass ich wirkliche Freunde hatte. Wie sie angefangen haben, mich so zu nennen, dachte ich mir, dass mich die Vollidioten damit nicht weiter beleidigen können, wenn ich es selbst auch verwende. Du bist ein ziemlich schräger Vogel, nicht wahr, Sal? Du bist kompliziert. Ich mag dich. Wir werden uns super verstehen. Das hat deine Mutter auch gesagt. Mutter weiß es eben am besten. Ich weiß es nicht.